Herzlich willkommen meine lieben Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier wie ihr schnell und einfach Coins machen könnt. Freunde, wir haben mittlerweile schon fast 200.000 Münzen ertradet. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne ein Däumchen hoch geben. Wenn ihr hier neu seid, nichts mehr verpassen wollt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Ich habe schon drei Videos zu der Web App rausgehauen, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr das verpasst habt. Und dann würde ich sagen, joinen wir in das heutige Video rein. Ab geht's! Wenn du auf der Suche nach günstigen Spielen, günstigen PSN Karten oder auch Xbox Karten bist, dann schau sehr, sehr gerne bei meinem Partner in EBA vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Hier bekommst du zum Beispiel eine 100er PSN Karte für 86 Euro oder hier die 12 Monate Mitgliedschaft für 50 Euro für PSN Guthaben. Das braucht ja eh jeder, besser gesagt hier Playstation Plus. Ihr könnt ihr wirklich alles kaufen, auch FIFA Points, die ihr eigentlich nicht braucht durch meine Trading Tipps. Aber wer natürlich kaufen möchte, kann die natürlich hier reduziert über EBA kaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins heutige Video, Freunde. Ja, und wenn du noch exklusive Trading Tipps direkt aufs Handy oder auf dem PC haben willst, join einfach meiner Platin Launch. Wie du hier reinkommst, ist eigentlich relativ einfach. Du kannst hier kostenlos mit Twitch Prime reinkommen, wenn du Twitch Prime hast. Mein Twitch Kanal ist unten verlinkt. Kannst du hier kostenlos reinschauen. Wenn du kein Twitch hast, kannst du natürlich auch YouTube Mitgliedschaft abschließen oder das komplette Jahresticket kaufen für einmalig 50 Euro. Da bist du über das komplette Jahr in meinem FIFA Trading Top 100 Discord drin. Wir haben letztes FIFA 200 Millionen Coins ertraded. Wer da Interesse hat, kann mir natürlich gerne über Instagram schreiben. Wenn er das SPC für FIFA 23 geleakt bekommt, das ist der gute Di Maria als OTW. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Rating. Man muss sagen, wenn er ein Inform bekommt, kriegt er direkt 86. Man muss natürlich gucken, was diese SPC kostet. Ich gehe davon aus, dass die zwischen 10.000 und 20.000 kosten wird. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, werdet ihr die mitnehmen oder sagt ihr Schmutz. Ich glaube, das hat eh nur 2 oder 3 Sterne Weakfoot. Aber wir haben dieses Jahr mitbekommen, dass Informs ja ein Weakfoot oder Skill Upgrade bekommen können. Skill Upgrade kann er ja gar nicht kriegen. Der hat ja 5 Sterne Skills. Schreibt ihr gerne eure Meinung zu dem in die Kommentare und dann gehen wir in die Web App rein. Dann gehen wir natürlich die Liste durch. Und ja, ihr seht wieder, wir haben wieder die volle Liste. Falls ihr immer noch nicht wisst, wie man eine 100er Liste bekommt, ich habe das in dem vorvorletzten Video gezeigt, wie ihr die 100er Liste euch erarbeiten könnt. Wir haben hier auch 2 Non-Wares mal wieder verkauft. Die Non-Ware Methode läuft weiterhin sehr, sehr gut. Gold Non-Ware Spieler, gute Liga, einfach für 300 erbeten, zwischen 400 und 450 verkaufen. Läuft wirklich sehr, sehr geschmeidig. Aber wir haben uns die erste kleine ÖV-Liste gebaut. Eigentlich ist die nicht mal so klein. Die Liste, die ich hier gebaut habe, die kostet zwischen 70.000 und 85.000 Münzen. Also wir haben hier ja den einen oder anderen teuren Spieler schon drauf. Akanji haben wir hier drauf für 3.000. Ist auf jeden Fall nur etwas teurere Karte, kannst du so für 2.600 kaufen. Ihr könnt euch ungefähr so vorstellen. Ich mache ungefähr immer 5.600 Aufpreis bei diesen Karten. Dass ich so zwischen 4.500 und 5.500 Gewinn mache. Das ist ungefähr das, was ich mir bei diesen ÖV-Spielern vorstelle. Ihr könnt euch ungefähr überlegen. Mit so einer Karte mache ich 500 Gewinn. Mit den Non-Wares mache ich 100 Gewinn. Ungefähr so, dass ihr euch ungefähr das vorstellen könnt. Ihr seht auch, ich habe die ganzen Non-Wares. Ich möchte die in Zukunft von meiner Liste runterbekommen. Weil wir mittlerweile ein höheres Budget haben. Dass wir die nicht mehr auf der Liste haben müssen. Wir können die natürlich trotzdem weiter auf der Liste haben. Weil die auf Masse immer noch sehr, sehr gute Coins bringen. Also ihr könnt das ruhig weitermachen. Aber ihr seht das, ich habe mir natürlich hier einige Karten mehr geholt. Hier in Wirz habe ich am Start. Schlotterbeck haben wir hier am Start. Und auch einfach Gold, seltene. Das klappt echt nicht schlecht. Aus den Top-Ligen für 650 oder 700 Snipen. Und zwischen 900 und 1k anbieten. Könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Also das läuft wirklich wunderbar. Wir gehen hier die Liste komplett durch. Und ihr seht, hier haben wir auch einige teureren Karten am Start. Hier den guten Martinez, Wan-Bissaka, Adams. Den habe ich auch für 700 gesnipet. Außer Premier League. Der hat eigentlich relativ stabile Stats. Ist noch nicht weggegangen. Reus haben wir hier am Start. Dann haben wir hier dreimal den Mertens am Start. Der jetzt bei Galatasaray spielt. Ist auch schon zweimal, dreimal weggegangen. Bei mir eine gute Karte hier. Dann die ganzen 84er. Wie Pellegrini kann alles. Ich finde die sehr, sehr günstig. Also da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Wenn man die Boys sich auf die Liste holt. Ihr seht hier die ganzen Karten, die ich mir geholt habe. Hier Benas her. Nochmal eine Karte für die Geringverdiener. Weil diese Karte kannst du wirklich für 800 oder 850 immer snipen. Saka hier haben wir auch für, ich glaube, 1,8 geholt. Bei manchen Kern habe ich auch 700 oder 800 Aufpreis gemacht. Wenn ich die natürlich günstiger snipe. Ich mache Normalpreis plus 500 Coins. Wenn ich natürlich in Saka zum Beispiel jetzt 200 Coins, 300 Coins billiger snipe. Habe ich bei jeder Karte versucht. Mache ich das natürlich. Hier haben wir noch ein paar Schlotter Packs am Start. Wasges haben wir hier am Start? Fred haben wir hier am Start. So, ich habe einfach geguckt. Beliebte Karten, die ordentlich spielbar sind. Gerade für den Anfang. Die natürlich interessant sind, falls die Leute die kaufen möchten. Hier Dest. Ordentlich Pace für ein rechter Verteidiger. AC Mailand. Nicht so schlecht. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Hier noch ein paar Non-Vers. Nochmal ein Mertens. Kovacic. Haben wir hier den Henderson am Start. Also ihr seht das hier. Wir haben wirklich einige Karten am Start. Araucho haben wir hier am Start. Sambo. Musiala. Reguilon. Also hier auch sehr viele Goldkarten am Start. Non-Vers. So leer haben wir hier am Start. Noch ein paar Schlotter Packs. Savica. Der gute Mann hier. Reguilon nochmal. Und Nummer 2 Non-Vers. Okay. Die muss ich auch noch anpassen. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich hier noch 2 Non-Vers habe. Ich zeige euch jetzt erstmal nochmal den Filter, wie ihr die Goldselten kaufen könnt. Ihr geht dafür einfach hier auf Goldselten. Maximal 700. Und dann empfehle ich euch die Premier League. Die La Liga. Und die Ligue 1. Hier könnt ihr gucken. Ja. Ihr solltet natürlich auch Gold einstellen. Und nicht einfach irgendwelche. So. Und dann guckt ihr. Ihr seht natürlich, wen ihr nicht kaufen dürft. Diesen McTominay ist eine Karte, die ihr nicht kaufen könnt. Und hier diesen Cornet kannst du schon mal direkt kaufen. So. Der hat ordentliche Werte. Gucken wir. Preisvergleich. Haben wir hier vielleicht sogar einen Schnapper gemacht. Das könnte ein Schnapper sein. Weil wir sehen jetzt hier vorne nur Karten. Für unter. Nicht unter einem Tausender. Den sollte man doch safe für 900 wegbekommen. Ja. 900 oder 950. So könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ich würde euch das mit auch jeder Liga empfehlen. Die, die es halt oft gibt. Hier Golovin ist das nächste Beispiel. Den solltet ihr auch nicht kaufen. Und Delord. Ihr guckt halt hier, dass ihr am besten dran. Soßen bekommt. Das ist immer interessant. Togo Ekambi könnte man sich jetzt auch mitnehmen. Habe ich sogar noch auf der Liste. Das könnt ihr wirklich mit jeder Liga machen. Hier gibt es halt so viele MS. MS sind wirklich nicht gut. Warum sind MS nicht gut, erkläre ich euch auch in diesem Beispiel direkt. Weil viele SPC-Lösungen haben einfach nur ein ST und kein MS. Und dieses Jahr ist nicht mehr so, dass da trotzdem 8 oder 9 Chemie-Punkt Darts statt 10. Ne, statt 3,0. Das ist das Ding. Deswegen bringen diese Karten uns leider nichts. Hier gibt es den Pre-Kalor. Ja, das ist auch ein Problem. Aber hier gibt es nicht so viele Bellarabi. Finde ich sehr interessant. Die Karte nehmen wir mal einen mit. Könnt ihr dann einfach alle für 9,50 reinstellen. Da macht ihr wirklich nichts verkehrt. Hier Özcan habt ihr auch bei mir gesehen. War auch bei mir ein paar Mal auf der Liste. Baku packen wir ein. Einfach die interessanten Karten raus-snipen hier für 700. Und so könnt ihr das wirklich mit jeder Liga machen von den Top-Ligen. La Liga gibt es gar nichts. Seht ihr ja. Da müsst ihr sogar snipen. Also wer snipen will, hat hier nochmal einen Sniping-Filter. Können natürlich die La Liga-Spieler hier gerne snipen. Sollte heute Abend besser gehen, dass ihr da nochmal ein paar günstigere Spieler bekommt. Jetzt gehen wir noch drauf ein. Was hat der Onkel investiert? Ich habe euch im letzten oder vorletzten Video gezeigt, dass ich mir einen Ferland-Mondi gekauft habe. Und ja, der ist nicht allein geblieben. Wir haben noch einen anderen Verteidiger geholt. Den guten Hakimi. Und man muss sagen, das ist der Wahnsinn. Was ich euch empfohlen habe für Spieler. Ich habe euch ja empfohlen. Ich habe gesagt, geht in Paris und geht in Real Madrid. Und genau das habe ich ja auch gemacht. Der Ferland-Mondi ist bei 53.000. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier im Schnellformat. Der ist einfach bei 53.000, ob man das hier sieht, die billigste Karte. Also ich weiß nicht, 58.000, 52.000. Der ist schon 20k hochgegangen. Ein Vinicius ist von 60k einfach auf 199k, habe ich vorhin gesehen. Das ist der Wahnsinn. Hatte leider nicht die Coins, als der bei 60k war, der zuzuschlagen. Hakimi haben wir für 29 geholt. Ich glaube, er ist auch schon Richtung 40 unterwegs. Ihr seht auch, Hakimi ist schon über 10k hoch fast. Also das ist der Wahnsinn. Ja, hier 37, 38 gibt es den Hakimi noch. Okay, aber da gibt es nicht mehr viele. Also da kann man auch immer noch reingehen. Wer mich fragt, Onkel, würdest du sagen, kann man in diese Karten immer noch investieren? Wie ein Rüdiger, wie ein Marquinhos, wie ein Kimpembe. Ich würde ja sagen, weil die Preise sind sehr, sehr gut. Und heute Abend bekommen sehr, sehr viele Content Creator das Spiel. Das heißt, der Markt wird lebendiger, es kommen mehr Karten auf den Markt. Versucht mal heute Abend einfach so Karten, wie die ihr wollt, wenn ihr die Coins habt. Wie ein Rüdiger, wie ein Marquinhos. Versucht die einfach mal zu sniben, wie ein Dembélé. Einfach interessante Karten. Ein De Jong, ein Goretzka. So Karten könnt ihr nichts verkehrt machen. Die werden am Release sehr nach oben gehen. Ich sage euch auch natürlich, wenn ihr die verkaufen sollt, ist ja auch klar. Da werde ich euch natürlich Bescheid geben. Wenn ihr auscashen könnt, werde ich natürlich machen, Freunde. Und ja, Freunde, es ist sehr, sehr früh in FIFA. Aber ich finde das Rating sehr, sehr günstig. Ihr könnt nichts verkehrt machen, wenn ihr euch diese ganzen günstigen Spieler von dem Rating, die billigsten Karten auf die Liste packt. Da sage ich, da gehört auch ein Oblak für mich dazu. Oder auch ein Lewandowski und Benzema. Die finde ich auch beide sehr, sehr günstig. Das ist der Wahnsinn neuer Courtois. Die sind auch geschenkt eigentlich. Kann man sich auch problemlos mitnehmen. Da macht ihr wirklich gar nichts verkehrt, wenn ihr euch diese Karten einpackt. Guckt halt vielleicht, dass die Leute, die auch noch spielen wollen, dass die vielleicht jetzt nicht die allerschlechtesten Karten sind. So ein Navas zum Beispiel finde ich nicht verkehrt. Weil nicht jeder wird dann die Coins haben für einen Donnarumma. Der wird sich dann Navas gönnen und Navas mit 7k für einen 88er. Das ist wirklich geschenkt. Also so machst du nichts verkehrt. Ja, man muss natürlich sagen, in so Spieler hier solltet ihr natürlich nicht investieren. Ich denke mal, aber das sollte klar sein. Da wird natürlich die Preiswensch runtergesetzt. Das sollte auch klar sein. Wenn ihr so Karten habt und denkt, oh Onkel, was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Behaltet die einfach. Da wird die Preiswensch runtergesetzt. Die muss angepasst werden, wenn die nicht runtergesetzt wird. Das würde mich sehr, sehr stark wundern. Also ja, wir gehen jetzt mal auf die beliebten Spieler. Und ja, wir sehen das hier wie Nisus 190.000. Das ist wirklich der Wahnsinn, was wir hier für Preisaufschläge sehen. Deswegen Neymar bei 400, Rüdiger bei 60, also das sind Preise. Kanté fast bei 100, Werner ist noch relativ stabil. Immer noch selber Preis für 6k, genauso wie Frimpong. Diese Karten werden natürlich auch am 27. nochmal einen Peak nach oben bekommen. Und man muss sagen, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Zu diesen Hero-Karten wollte ich euch was zeigen, weil die wirklich sehr, sehr günstig sind. Manche sind einfach Abstoßpreis. Das ist wirklich der Wahnsinn. Chinola ist auch extinct. Falls jetzt jemand hier Pay-to-Win-Spieler ist, weiß nicht, ob wir hier Pay-to-Win-Spieler am Start haben. Er hat bis 850.000 Preisrange. Falls den jemand snipen will. Falls jemand 850.000 am Start hat, könnt ihr dann natürlich snipen. Letztes FIFA, das zeige ich euch auch. Letztes FIFA war der Chinola auch am Anfang bei 850. Wir gehen nämlich mal auf Generations. Gerade hier gefühlt Sonnenbrand bekommen. Und dann zeige ich euch, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob man das hier seht. Ja, man sieht das sogar hier. Ich habe es kurz gesehen. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. Hier stand das ganz kurz, dass die Karte bei 850 ist. Die war bei 850. Und dann ist die wirklich rasant explodiert. Über 2 Millionen und ich sehe keinen Zweifel, warum das mit dieser Karte wieder passieren sollte. Und was auch mit den Heroes ist. Die Linken hat wirklich immer voll. Also die sind immer voll gelinkt. Gehen wir mal auf den Chinola. Also ihr seht das hier. 850.000 und einige Heroes sind wirklich Abstoßpreis. Und der kann drei Positionen spielen. Das ist eine Top-Karte. Wir sehen hier, Cavalio ist noch Abstoßpreis mit 55.000. Das ist wirklich der Wahnsinn. Marquez ist Abstoßpreis. Und das sind keine schlechten Karten. Stellt euch mal vor, ihr spielt so ein Marquez mit 90 Verteidigung. 75 passen. Ich mag, dass wir in Innenverteidiger passen können. Ihr wisst ja, ich feiere das extrem. Da machst du nichts verkehrt. Hier in der Karte auch noch fast Richtung Abstoßpreis am Start. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Da ist Skolschkehr Richtung Abstoßpreis unterwegs. Da sind einige Richtung Abstoßpreis unterwegs. Hier Cale und Ricken sogar 28k. Das ist der Mindestpreis von Ricken. 28k. Ja, der ist sogar Mindestpreis. Und das ist eigentlich keine schlechte Karte. Gerade für den Anfang mit Hunter finde ich die Karte eigentlich nicht mal schlecht. Die sind halt immer voll. Bin ich mal gespannt. Sollten die günstig bleiben, werde ich davon auf jeden Fall die eine oder andere in mein Team einbauen. Gerade Nummer 2 Verkäufe reinbekommen. Und ja, die Nonvers, die gehen schneller weg für 400. Okay, den hatte ich im Verein. Den habe ich noch für 600 jetzt einfach auf der Liste gehabt. Ich hoffe, es hat euch mit dem heutigen Trading Video gefallen, Freunde. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen, vielen Dank für den Support. Die letzten Videos, die letzten Livestreamen. Das ist wirklich der Hammer, wie er aktuell abgeht. Wir sind natürlich heute Abend wieder live auf Twitch. Werden dann natürlich live traden. Kommt da sehr, sehr gerne vorbei. Twitch ist auch unten verlinkt. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr Bock habt, Freunde. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.